hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge stardew valley aufruhkorti in der letzten folge haben wir unsere eigene farm bekommen sind dann mit dem bus hergefahren haben bürgermeister louis getroffen und robin und jetzt unsere aufgabe einmal durch die stadt zu gehen und jedem einwohner hallo zu sagen und sich einmal vorstellen da ist immer noch unsere hütte hier hat sich nichts verändert und ja gehen wir erst mal nach draußen ist das nicht schön eine eigene farm alles noch mega bewachsen hier na gut haben wir post natürlich nicht habe ich auch noch keine freunde hier so wo geht sie hin bus stop und pelikan town ja hier ist der bus kann einsteigen fährt nicht mehr toll busfahrer streiken wieder na gut gehen wir erst mal in die stadt und sagen hallo so wen haben wir hier rente schon irgendwie rum oder müssen wir erst in die häuser einbrechen oder war gerade jemand wer bist du denn hallo alte oma evelyn oh hallo und willkommen zu unserer kleinen gemeinschaft du kannst mich granny nennen wenn du möchtest und dankeschön hast du noch was zu sagen nee okay jetzt vielleicht na gut aber hier war noch jemand wer bist du denn george es ist verwirrend so viele leute hier zu treffen immer diese neuen leute ja george geht mich nicht anders äh mein name ist george und übrigens verschwinde toll richtiger pisser der george dann halt nicht und was geht denn da oben ab hanteltraining 100 kilo ist das denn kann ich irgendwie rein mit der axt durch die tür vielleicht nehmen und ich bin nicht genug befreundet mit alex schade das heißt wenn wir gute freunde sind kann ich in sein schlafzimmer rein okay gut zu wissen so ja mal hier richtung wasser ein wohnwagen wer wohnt denn hier wer bist du penny hi oh möchtest du etwas ich möchte mit dir gerne reden hast du irgendwas zu sagen was machst du denn überhaupt wäschte was ab sieht ja komisch aus da ist doch nicht mal wasser drin hier gibt dir ein bisschen was kann ich gar nicht ja doch hier los will er nicht na gut wo ein fernseher ist er noch hier oh der mülleimer ist voller leerer bierdosen oder flaschen okay lichtschalter ein herd ja ist ja ganz nett hier eigentlich und ja okay ist klar gehen wir erst mal wieder raus tschüss penny oh wer ist denn da unten maru bist du nicht der neue der gerade hier hingewooft ist ich bin maru ich mein gott ich habe schon lange erwartet dich zu treffen ich habe gerade irgendwie die übersetzung gesucht ja hallo maru weißt du in einer kleinen stadt wie diese kann ein neues gesicht wirklich etwas dynamik in die community bringen das ist sehr exciting ok maru naja so hat hier jemand post vielleicht kann hier post klauen ne natürlich nicht so hier ist ein fragezeichen spring hier won heute ist montag der erste oh louis geburtstag ist aber noch vincents geburtstag das eierfestival harleys geburtstag pams geburtstag shanes geburtstag flower dance pierres geburtstag und emilys geburtstag boah müssen wir jedem geschenk geben oh ne gar kein bock gar kein bock was haben wir hier hallo ah geschlossen nur von neun morgens bis drei uhr nachmittags na gut hier ist also pierres gehen wir erstmal rein hallo oh das ist ein laden nice so wie haben wir hier lea mit haar oh hallo schön dich zu treffen du hast eine sehr gute zeit hier ausgesucht um hier zu moven das spring ist wunderschön so wer ist denn hier an der kasse hallo willkommen zu pierres brauchst du ein paar sachen aber dem können wir sachen kaufen das ist ja schön ein paar seeds noch irgendwas öl tapete fußboden ja das ist doch ein schöner laden aber erstmal wollen wir nichts kaufen was ist denn hier for sale oh ein backpack upgrade 24 slots 2000 gold oder geld wie auch immer wir haben 500 nicht jetzt so hast du noch was zu sagen Pierre hey es ist Mr. Bob der neue Farmer ich bin Pierre Besitzer des lokalen Stores wenn du auf der Suche nach Seeds bist dann ist mein Shop der richtige ich werde auch Produkte von der kaufen für einen guten Preis danke Pierre so oh hier geht es doch noch weiter jetzt hat er wer zu cool okay was ist das denn hier ein Altar im Hinterzimmer was kann das sein Altar von Joba okay wer ist denn Jova na gut schauen wir erstmal weiter hier ist eine Küche kann mir irgendwie was abziehen oder so irgendwas zu essen was ist denn hier nichts toll oh eine Nachricht oha vorsicht alles lesen hierzu Mr. Pierre also nicht für uns okay ne ich glaube das ist das ist privat da mischen wir uns mal nicht ein sonst kommt nach um die Polizei und haut uns in die Fresse so Caroline hallo ich brauche mal langsam neue Stimmen für die Charaktere egal du musst Bob sein der neue Farmer ich bin Caroline ne mein Mann betreibt den Store hier hast du schon meine Tochter Abigail getroffen sie ist äh sie hat lila Haare uh erstmal auschecken wer ist denn Abigail die hier oben bestimmt was wir sind noch keine Freunde aber die Tür ist doch offen ich kann einfach reingehen oder nicht oh sie spielt gerade an irgendeiner Konsole ich möchte auch gerne mitspielen toll keine Freunde traurig diese Welt dann halt später weißt du Abigail dann kannst du mich auch mal wenn wir nicht reden wollen oh wer ist denn da auf der Bank das war doch Maru und Penny oder ja die wollen auch nicht reden ist ja alle voll gemein hier zu mir zum neuen Farmer Bob erstmal in der Mülltonne wühlen irgendwas drin ne hier vielleicht oh Yoja Cola nice gratis Cola aus der Mülltonne mhm lecker so wer ist das denn hallo Harley oh du bist der neue Farmer oder nicht oh ja ich bin der neue Farmer hä oh ich bin Harley das freut mich auch Harley hättest du dir diese schrecklichen Klamotten an wärst du echt süß okay morgen neue Sachen kaufen und dann bei Harley landen so haben wir schon die nächste Aufgabe so was haben wir noch hier alles okay ja wir sind noch nicht gute Freunde aber ich glaube wir Harley mit uns beiden ne hier das wird noch was so mit Emily sind wir auch nicht gut befreundet wer ist denn Emily überhaupt haben wir die schon mal gesehen ne okay vielleicht nebenan hängt die hier ab mal gucken wer ist denn hier da oben ist Sam okay ja Sam macht auch Let's Plays hier Kamera und alles toll oh wer ist das denn Jodie oh äh du siehst genau aus wie ich mir vorgestellt habe ach ne du siehst nicht aus wie ich mir vorgestellt habe aber das ist okay ich bin Jodie hallo Jodie ich sehe doch gar nicht so drecklich aus es ist eine ziemlich kleine Stadt und es ist immer sehr aufregend wenn jemand Neues hierher movt ein Farmer in der Nähe zu haben könnte wirklich ein paar Dinge ändern oh ja so hast du ein bisschen Bier hier für mich ne natürlich nicht Eier Brot Karotten und Milch toll kein Bier hier auch nicht hast du was zu essen gekocht? irgendwas ne auch nicht na gut dann verschwinde ich wieder ist ja auch schon 8 Uhr abends oh ist das dunkel geworden ist hier vielleicht noch irgendwas haben wir irgendwie noch nicht getroffen nach draußen hier irgendwo rumrennt was macht ihr denn hier? ich komme gar nicht mehr raus oh so jetzt zurück oh wessen Haus ist das denn hier? schicker Wagen oh da ist ja Louis guten Abend so wie war deine erste Nacht in der alten Hütte? dein Opa hat sich immer über das alte Bett beschwert aber ehrlich gesagt ich glaube er hat das Haus geliebt ja ja so hier ist auch nichts weiter achso voll von Milch und Eistee so so hat hier keiner ein Bierchen für mich? äh ist ja schrecklich hier vielleicht ne ne auch nicht na gut oh ein Saloon ein Saloon und hier noch einen Mülleimer na gut ich würde sagen in den Saloon gehen wir in der nächsten Folge von Stardew Valley ich hoffe es hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein also haut rein